44.465 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich am Samstag gemeldet worden, nur eine Woche nach dem Öffnungstag mit weitgehendem Wegfall der meisten Maßnahmen, mit Ausnahme von Wien. Der Sieben-Tage-Schnitt erhöht sich mit diesem Rekordwert für diesen Wochentag so auf 39.510 die Sieben-Tages-Inzidenz auf 3.079,9 Fälle auf 100.000 Einwohner und liegt damit wieder über 3.000. Während die Infektionen anziehen, lässt die Impfbereitschaft deutlich nach. Am Freitag sind gerade einmal 5.198 Impfungen durchgeführt worden. Davon sind 468 Erststiche gewesen, also nicht einmal 10 Prozent. Nur noch 69,4 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Damit ist dieser Anteil rückläufig. Vorigen Samstag sind es noch 69,9 Prozent gewesen. Die Öffnungsschritte wirken als Infektionsbeschleuniger. Vorigen Samstag sind noch 289.414 aktive Fälle gezählt worden. Inzwischen sind es schon 373.314. Ein Anstieg von fast 30 Prozent in sieben Tagen. Die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit in Österreich bei 3.079,9. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz auch einen Höchstwert gemeldet. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen liegt bei 1.496. Vor einer Woche liegt die bundesweite Inzidenz noch bei 1.220,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 237.086 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche sind es noch 192.210 Ansteckungen gewesen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Auch in China sind die täglichen Corona-Infektionszahlen auf dem höchsten Wert seit Ende der ersten Pandemiewelle in Wuhan vor zwei Jahren. Am Samstag meldet die Nationale Gesundheitskommission landesweit 1.524 lokale Ansteckungen, darunter 1.048 asymptomatische Fälle. Und das bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden. Erst am Freitag ist die nordchinesische Metropole Changchun nach nur ein paar hundert Corona-Infektionen in einen Lockdown geschickt worden. Wie die dortigen Behörden bekannt geben, darf pro Haushalt nur noch alle zwei Tage eine Person für Einkäufe die Wohnung verlassen. Alle rund neun Millionen Bewohner der Stadt sollen auf das Virus getestet werden. Nach der ersten großen Corona-Welle in Wuhan kann China das Virus mit strengen Maßnahmen schnell unter Kontrolle bringen. Seitdem hält die Volksrepublik an einer epidemiologischen Null-Toleranz-Strategie mit strengen Maßnahmen fest. So kommt es in den letzten zwei Jahren lediglich zu lokal begrenzten Infektionsherden mit wenigen Fällen, die rasch durch Lockdowns und Massentests eingedämmt werden können. Doch seit Omikron Anfang Jänner erstmals in der ostchinesischen Hafenmetropole Tianjin entdeckt worden ist, fürchten Gesundheitsexperten des Landes, dass die ansteckendere Corona-Variante die chinesischen Schutzmaßnahmen unterlaufen könnte. Betracht